Hey Leute, ich bin's, Mac Pepperyg. In dieser kurzen Anleitung möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr den Rouladenkasten von eurer Außenschalologie aufbekommt. Um diesen Rouladenkasten hier aufzumachen, benötigt ihr ein Werkzeug und zwar einfach hier einen flachen Schraubendreher. Mit diesem geht ihr hier in diese Fugennaht hinein. Und zieht das dann vorsichtig zu euch hin, Stück für Stück, dann merkt ihr schon, dass sich der Deckel nach und nach langsam löst. So, nun müsst ihr den, wenn er sich so geöffnet hat, einfach nur noch hier oben herausziehen und schon habt ihr den Deckel schon mal ab. Jetzt braucht ihr hier nur noch die Isolierung herauszunehmen und schon könnt ihr jetzt am Jalousiekasten arbeiten. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, vielleicht wollt ihr nur mal reinschauen, vielleicht ist die Isolierung kaputt, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich euch hier eine ganze Menge Videos zum Thema Jalousie reparieren verlinkt. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, bis dann, euer Mac Pabrik. Ich wünsche euch den Untertitelung des ZDF, 2020